April, kannst du mich hören? Alles okay? Was ist passiert? Meine Schwester ist schwer erkrankt. Schloss mit dem Versteckspiel. Beim Saugen deines Zimmers habe ich das hier gefunden. Ich will, dass wir ehrlich miteinander umgehen. Ich habe ein Recht zu erfahren, was mit ihr los ist. Ich bin ihre Mutter. Was ist hier los? Entweder erzählst du sie ihn und ich. Ich bin ihre Mutter.